Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Jahr wird es am 11.11. stiller sein als in anderen Jahren. Damit meine ich nicht nur, dass diesmal der Faschingsauftakt so gut wie ausfallen wird. Nein, auch die Kinder und Erwachsenen mit ihren Laternen können sich diesmal nicht am 11.11. dem Martinstag auf den Weg machen. Die Laternen müssen in der Kiste bleiben und die Pferde vom Martinsspiel müssen in ihrem Stall bleiben. Dabei wäre dieser Tag doch einer, der uns gerade jetzt Mut machen kann. Am 11.11. gedenken auch wir Evangelischen gegen unsere Gewohnheit eines Heiligen, der in der Bibel noch nicht zu finden ist. Wir denken an den heiligen Martin von Thur. Martin war zuerst Soldat, dann Mönch und Bischof und er steht bis heute als Vorbild für selbstlose Nächstenliebe. Martin hat das gelebt, was der Prophet Jesaja uns beschreibt. Ich lese Verse aus Jesaja 58. Wer Nächstenliebe übt, wie Martin es tat, dessen Licht wird hervorbrechen und andere zur Nächstenliebe erleuchten. So verstehe ich den Zusammenhang zwischen diesen Versen aus dem Alten Testament und der Erinnerung an Martin von Thur. Martin ist neben dem heiligen Nikolaus eigentlich der einzige nachbiblische Heilige, der auch in der evangelischen Kirche große Beachtung findet. Wie Nikolaus, so ist auch Martin ein Vorbild für jede Christin und jeden Christen, weil er in besonderer Weise die christliche Liebe gelebt hat. Über diese Einstellung bei Martin gibt es ein paar berühmte Geschichten, heiligen Legenden. Natürlich zuallererst die Geschichte von dem geteilten Mantel. Martin, 316 nach Christus geboren, war wie gesagt zunächst Soldat. Als Soldat kommt er eines Tages in ein Dorf, wo er einen frierenden Mann trifft. Martin überlegt nicht lange und zerteilt seinen Soldatenmantel mit dem Schwert. Eine Hälfte gibt er dem Frierenden. In der Nacht darauf erscheint ihm dann Jesus in einem Traum. Und Jesus trägt genau diesen halben Mantel um die Schultern. Was ihr einem meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus ja schon in der Bibel. Martin bekam für diesen Akt der Nächstenliebe sicher Ärger mit seinen Vorgesetzten, denn er hatte ja Militäreigentum verschenkt. Aber Martin fühlte ohnehin, dass Gott etwas anderes mit ihm vorhatte. So ließ sich Martin taufen. In einer Zeit, in der das Christentum erst auf dem Weg war zur maßgeblichen Religion im Römischen Reich. Eine weitere Geschichte erzählt das Ende von Martins Militärlaufbahn. Denn durch Jesus fühlte er sich zur Gewaltlosigkeit verpflichtet. So überredete Martin der Legende nach, den Kaiser Julian, ihn ohne Waffen zu den feindlichen Linien zu schicken. Aber dazu kam es gar nicht, weil die Feinde von sich aus oder von Gottes Geist gelenkt, um einen Friedensschluss baten. Die letzte berühmte Legende zeigt die Bescheidenheit des Martin in all seinem Wirken. Man wollte ihn zum Bischof der französischen Stadt pur machen. Martin, inzwischen als Einsiedlermönch ganz im Dienste Gottes, wollte dieses Amt aber auf keinen Fall annehmen. Darum versteckte er sich im Gänsestall. Aber die Gänse schnatterten so laut, dass man ihn fand. Nun begriff Martin auch diesen Auftrag von Gott und ließ sich zum Bischof weihen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, sagt Jesaja. Natürlich kann man bei heiligen Legenden immer nach dem historischen Wahrheitsgehalt fragen. Aber Menschen, die über Jahrtausende für ihre Menschlichkeit im Gedächtnis bleiben, sind in jedem Fall gute Vorbilder für jede Christin und jeden Christen. In einem modernen Martinslied heißt es darum zu Recht, ein bisschen so wie Martin möchte ich manchmal sein. Wenn wir uns in unserem Glauben und unserem Leben ein bisschen nach Martins Vorbild richten, dann entscheiden wir uns im Zweifelsfall für die Menschlichkeit. Nicht lange fragen, sondern dem helfen, der meine Hilfe erbittet. Nicht im Drängen der Gewalt nachgeben, sondern Frieden suchen, im Großen wie in unserem kleinen Umfeld. Ein bisschen so wie Martin. Das wäre schon eine gute Richtung für unser Leben. Und darum soll Martin auch in diesem Jahr nicht vergessen werden. Auch wenn wir die Laternenzüge aus Liebe zu den Gefährdeten und Kranken in diesem Jahr nicht machen können. Aber Jesaja zeigt uns ja die Alternative auf. die wir jeden Tag umsetzen können. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Lassen wir unsere Liebe auch in diesem November hell leuchten. Amen. Ich bete, Gott, ein bisschen so wie Martin möchte ich manchmal sein. Gib du mir deine Kraft und deinen Geist, dass ich mich den Menschen hilfreich und freundlich zuwende, die meine Hilfe brauchen. Sei du bei allen, die in dieser schweren Zeit deine Hilfe brauchen. Begleite uns in die kommende Zeit mit deinem Segen. Amen.